Ja hallo und Glück auf. Nach einiger Zeit mal ein kurzes Video. Heute können die Bienen fliegen, es geht aber auch ein bisschen Wind. Selten kommt mal ein Bienen mit Pollen. Die Haselnuss fängt langsam an zu blühen. Auch an der Hasel habe ich schon ein zwei Bienen sammeln sehen. Mal schauen wie es weitergeht. Wir können ja mal bei einem oben reinschauen. Und zwar schauen wir mal bei dem grünen. Der dürfte eine Folie haben. Die zwei hier haben keine Folie, aber die haben eine. Da können wir kurz mal gucken. Oje, dort vorne kommen sie raus. Das will mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie. Ich mache vorsichtig wieder ein bisschen zu. Bisschen tippen, damit die rüber gehen. Da ist immer noch einer drunter. Hat sich gerade beschwert. Ja jetzt ist es zu. Es ist wieder zu. Hier bei den Mini Plus sieht man es eindeutig. Da ist nichts groß los. Ja. Schauen wir mal in einer rein. Also die sind noch alle da. Auch hier. Ich höre sie gleich summeln. Man sieht noch reichlich Futter und dann kommt weiter unten. Da sieht man dann die Bienen sitzen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Aber ich sehe sie. Also die sind da. Können ja mal noch beim Nachbarvolk schauen. Da weiß ich auch gleich. Die haben genug Futter. Und hier, obwohl die auch nicht fliegen. Die sind da. Das ist die B19. Eine schöne, ruhige Biene. Aber eure Mutti ist schon ziemlich alt. Ja, machen wir gleich wieder zu. Oh, war da. Zu lange aber jetzt nicht schön. Ach eh nochmal erwischt am Rand. Jetzt müssen wir ein bisschen Vorsicht machen bei euch hier. Ja und hier ist die Mini Plus in der Sonne. Und die fliegt dann natürlich ganz fleißig. Ihr habt ein bisschen kleines Flugloch. Ich müsste das Ding dort wieder abmontieren. Weil Totenfall raustragen ist das schon manchmal ziemlich schwierig. Der Ableger ist auch etwas ruhiger. Die haben sogar noch die Futterzarge drauf. Weil die haben keine Folie. Und da habe ich einfach die Futterzarge mal drauf gelassen. Ist eigentlich auch nicht so schlimm. Wir können auch mal gucken. So. Na. Ja, da sieht man sie hier. Sind auch da. Obwohl die auch ein bisschen ruhiger sind. Gut. Ja, das war es auch schon im Prinzip. Ich habe die Gitter ein bisschen weggemacht. Damit die Bienen schneller raus und rein können. Und besser arbeiten können. Hier lässt es langsam auch wieder nach der Bienenflug. Das war vorhin intensiver. Ja, das war es auch schon zu meinem kleinen Video. Ich verabschiede mich erstmal. Ah, jetzt darf ich. Nein, doch nicht. Es sah so aus, als wäre einer mit Pollen eingekommen. Ja. Also ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.